Im Gewirr der Produkte und Marken überzeugt Qualität. Damit der Endverbraucher sie erkennt, muss sie vermarktet werden. Marketing bedient sich heute moderner Kommunikationswerkzeuge und Plattformen. Marketing Natives ist das größte und schnellst wachsende Think Tank im Marketingbereich, das wir im deutschsprachigen Raum haben zurzeit. Wir haben es geschafft, innerhalb von wenigen Wochen fast 400 Mitglieder zu akquirieren. Hauptsächlich junge, marketinginteressierte Studenten und Berufseinsteiger, die sich mit dem Thema neues digitales Marketing auseinandersetzen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man schon während der Ausbildung mit der Praxis nahe zusammenkommt. Hier einfach Menschen aus Agenturen, aus Unternehmungen, die im Marketing tätig sind, kennenlernt. Und mit diesem Kennenlernen einfach Beziehungen entstehen, die dann helfen, einen schnelleren Berufseinstieg zu ermöglichen. Ja, und für junge Leute ist es auch spannend, weil es bunt ist, weil es immer wieder neu ist und gerade durch die Digitalisierung auch eine ganz spannende Entwicklung nimmt, die in ein Tempo läuft, die man zum Beispiel heute bei den Marketing Natives erleben kann. Wer uns jetzt zuerst unter 0800 20 30 80 anruft und sagt, von welchem Begriff in unserem Beitrag die Rede war, kann gewinnen. Und gleich folgen die Preise der Woche. Auf Wiedersehen.